Hello my friends and welcome freaking back to Frederic bei Tageslicht Und joa, das war die komischste Runde, die ich seit langem mal hatte. Ich hab keine Ahnung, was da abgegangen ist. Ich schicke euch direkt rein und gönnt euch einfach dieses komische Etwas, was da passiert ist. Okay, next try mit Freddy. Mal gucken, wie es läuft. Let's go. Hallöchen, was machen sie denn hier? Wollen sie meine Krallen spüren? Ja komm, was ist los, was ist los hier? Warte, kann der jetzt... Ah, nö, ach Memo. Komm schon, was machst du denn hier? Komm, stun mich. Okay, ich dachte eigentlich, der will auf dem Stun aus, aber wollte er jetzt anscheinend nicht mal so sehr. Naja, der tat, ja. Shit, ich dachte, meine Krallen wären lange genug dafür. So. Ah, der spielt das gut, der spielt das sauber. Da spielt das sauber. Da darf ich nicht... Ah, da... Ja, okay. Da spielt das nicht schlecht. Der spielt das wirklich nicht schlecht. Ja, der nutzt die Palette auch noch für Distance. Ja, okay. Aber ich kann wenigstens ein paar Palettes replaceen. Das ist gut. Der steht schon wieder hier. Ja, Volt durch. Ist gut, ist gut, ja. Ey, der wird mir so viel Zeit kosten. Oder? Nee, wieder nicht. Let's go. Oh, ich hab's gechinxt. Diesmal sogar zu meinem Günsten. Zu meinem Günsten? Zu meinem Günsten? Was ist denn das jetzt? Zu meinem Günsten einfach. What the freaking hell. Okay, dann bring ich direkt mal das und dann gehen wir... Ah, ich hab... Das tut zu wie in den Ohren, wenn... Brennt das Ma... Hm... Ja, direkt erst der Fire Abstract, let's go. Läuft ja super. Oh yeah, hallo. Das habe ich doch schon gesehen von dir. Was soll denn das? Was ist denn hier los? Da wollte ich einfach nur ein bisschen rüber hier und zack weg. Never come back, Basis zu. Und dann zack, bekommst du einen Schlag. Was ist denn das hier? Was machst du hier eigentlich? Das heißt, es ist ja nicht mal regelkonform, was du hier machst. Ey, meine Dream Palettes werden irgendwie auch keinen Nutzen haben mehr richtig, oder? Also, ich will ja jetzt schon wieder ein hartes Dead haben. Wusch! 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 Schön, die war... What the freaking... Haben wir einen AFK-Typ? Oh mein Gott, das wäre irgendwie... Irgendwie schon assi, jetzt, wenn ich so meinen Win holen würde. Ja, das wird wahrscheinlich ein AFK-Dude sein. Oh nein. Ich werde hochgucken, weil das fuckt mich ab. Das will ich jetzt nicht daraufhören. Das war kein AFK-Typ. Das war irgendein Dude, der die ganze Zeit locker und dann zurück und so. Ja, das war irgendein abfuckender Bastard einfach nur. Da sind zwei Leute, der Generator wird gleich fertig sein, aber... Ich gehe hinter dir hier. Komm. Mach schon. Ja, hör auf zum Abfacken. Ganz ehrlich, das muss doch wirklich nicht sein. Hallo! Oh, wir sind hier zurück. Let's go. Warte. Oh! Hä? Ich hab's fast nicht gefunden zum Aufheben. Äh, ja, der Abfuck-Typ. Ja, der Abfuck-Typ macht jetzt die ganze Zeit weiter. Also das muss doch wirklich nicht sein, oder? Also das fuckt doch einfach nur ab. Warum machst du das? Warum machst du das zu... Also, nee, zu dir gehe ich nicht hoch. Waste einfach weiter die Zeit. Oh, was? Ich werde dich umbringen lassen. Okay, und der wird jetzt hier retten und, äh... Exchange-en. Let's go. So, dann lauf du mal... Was? Ähm... Ich gehe mal hoch, weil sie wahrscheinlich einen Strike haben wird. Der Typ nervt zu hart. Der Typ nervt zu hart. Wie kann man so ein Abfucker sein? Den lasse ich auch verbluten jetzt. Den lasse ich auch wirklich einfach verbluten, ganz ehrlich. Der braucht wirklich nicht so abzufacken. Das kann doch nicht sein. Er hat nicht mal Head-on. Er hat nicht mal Head-on. Er macht das einfach nur so. Bist du dumm? Nee, ich lasse ihn nicht verbluten, ganz ehrlich. Ich stirb einfach. What the fuck. What the fuck. Warum packst du so ab? Ich verstehe es nicht. Warum? 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 Was soll das? Ja, okay. Äh, keine einzige Dream-Pallet geused. Da hätte ich auch gleich die M1-Only-Challenge gemacht. Das wäre besser gewesen. Ich warte jetzt noch den Strike-Up bei ihr. Wenn ich sie finde? Warte, was? Ich höre sie hier doch, oder? Oder ist sie hier nach draußen gekrabbelt? Bist du hier? Oh, hier ist sie. Die Arme. Komm. Komm mit. Ich bringe dich zu einem besseren Ort. Komm, komm. Ich zeige es dir, wo sie ist. Ich zeige es dir. Hier. Komm dir. Okay, ähm, das war, ja, ähm, anders als andere Runden. Ich habe meine Fähigkeit nicht besonderlich nutzen müssen, gerade. Ähm, äh, ja. Oh, Hatch, hallo! Gönnung. Äh, ja. Komische Runde, aber geschafft ist geschafft. Joa, und das war es doch schon mit dem Video. Ich habe meine Fähigkeit nie benutzt. Ich habe einfach nur GM-Wand eigentlich. Sonst habe ich nichts gemacht in dieser Runde. Und ich weiß nicht, warum Dwight aufgegeben hat. Er hat mich am Anfang voll gut gerannt einfach. Er hat richtig gut gespielt am Anfang. Und dann auf einmal ist er einfach locker rein, locker raus. Ich verstehe es nicht ganz. Ich nehme es an. Ich habe die Childhood geschafft. Ich, ja, mit Freddy wollte ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal machen. Also, vielleicht irgendwann wird es ein Reloaded davon geben, wo wir nicht gegen solche Leute spielen. Aber vorerst nehme ich es auf jeden Fall an. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschale.